Ösi Hammer wird er in Deutschland genannt. Wir sprechen vom Tor seines Lebens, das wir eher von Messi, Ronaldo oder von Alaba erwartet hätten. Aber es schießt Bernhard Wagner aus 40 Meter Entfernung so ganz schnell den Ball ins lange Eck. Der Ball springt vom Boden auf, der 21-Jährige. Hämmert drauf los und in einem langen Bogen ist er drinnen. Das Video wollen Sie vielleicht sehen, steht schon online bei uns. Noch spielt Herr Wagner in Admond, also bei der Gebietsliebe und jetzt hier am Dreiteil von Bernhard, du hast es selber nicht glauben können, dass dieser Ball reingeht, hm? Noch in der Ecke, ich glaube, mehr als ich zu dem Zeitpunkt. 120 Leute haben zugeschaut. Es war ein frenetischer Jubel wahrscheinlich. Aber Tausende jubeln dir jetzt dank dieses Videos zu, dass es auch in die Bild-Zeitung geschafft hat. Hättest du auch nicht gedacht, dass du mal angezogen aufs Cover der Bild-Zeitung kommst. Glaub ich, also wenn man das mal gesagt hätte, das hätte ich nicht glauben können. Haben die großen Clubs schon angefragt? Salzburg, Rapid, Barca? Aber vielleicht dürfte ich auch noch was da auch. Und zu welchen Vereinen würdest du denn gerne gehen, wenn wir schon mal so drüber reden? Zu Real Madrid. Ja, wie ist der Spanisch? Äh, kann ich nur lernen. Ok, nehmen wir an, Real würde dich einkaufen. Ja. Was müssten die den Vereinen zahlen, dass sie Bernhard Wagner, die Nummer 11, ziehen lassen? Eine Million. Eine Million? Ach, bescheiden. Ja. Was machst du sonst, außer Fußballspielen? Ja, nichts eigentlich. Dann zahlen sie bestimmt gerne eine Million, wenn du sonst nichts kannst. Das ist super. Müsst du die Familie mit übersiedeln oder bist du gerade Solo? Wir können schon mitziehen. Wegen der Dienstwohnung und so? Mit Sonnenterrasse, wenn wir schon dabei sind? Und Workwall? Ja. Ist der Guzi-Mädels inbegriffen? Ja, das ist entdeckt. Ja, ja. Dann ist er bald wieder rein in der Wohnung. Ja. Ja, dann sag ich jetzt schon mal Adios, Muchacho. Danke. Und drückt ihr die Daumen aus. Ja, danke. Ja! Ja! Ja!